Mahlzeit, ich bin's wieder, euer Micha und ich habe einen neuen Gaming-PC bekommen. Mit dem werden wir jetzt eine Runde Fortnite spielen. Dazu habe ich mir noch das Bundle mit Son Goku gekauft. Und falls ihr wissen wollt, was ich in meinem Gaming-PC alles verbaut habe, dann bleibt bis zum Schluss dran. Da zeige ich es euch. Übrigens, falls ihr euch was in Fortnite kauft, dann tragt gerne meinen Creator-Code TTVFLESHYSUN im Item-Shop ein, um mich gratis zu supporten. Übrigens, was spielt ihr lieber für einen Modus? Den ohne bauen oder den mit bauen? Jetzt spiele ich erstmal ohne bauen. Übrigens, falls einer Tipps für mich hat, wie ich meine FPS und natürlich meine Grafik verbessern kann, dass das Spiel einwandfrei läuft, dann schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mal interessieren. So, rein hier. Was willst denn du eigentlich? Hier, ich bin der Stärkste. Okay, die Spitzhacke, muss ich sagen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das klappt schon. Ich würde sagen, wir gehen in Shifty raus. Shifty ist so ein bisschen meine Hood. Let's go! Geile Mucke. Übrigens, Freunde, zurzeit ist meine Freundschaftsliste voll und ich habe auch sehr viele Anfragen. Also, falls ihr mich hätten wollt, ist es derzeit leider nicht möglich. Raus da! Let's go! Natürlich habe ich mir auch die Wolke geholt, ist doch klar. Freunde, was glaubt ihr? Wie viele Kills werde ich diese Runde machen? Ich versuche mein Bestes. Oh, Epic Chest. Herr damit. Ja, das ist doch meine Waffe. Okay, hier ist nichts. Heal brauche ich. Heal, heal, heal. Good pump. Sehr schön. So, kurz Waffen sortieren. Wisst ihr, Freunde, ich spiele manchmal ohne Bauen lieber, weil einfach so viele Leute so krank bauen können. Da kommt man manchmal gar nicht mehr mit. Oder wie seht ihr das? Oh, habt ihr das gesehen? Richtig gut. Wurde da nicht gerade geschossen. Doch. Ich muss da oben hin. Scheiß auf die Truhe. Freunde, ich brauche dringend Kills. Neue Items gibt es natürlich auch. Leider habe ich noch keins davon gesehen oder bekommen. Die werden ohne Blue Light verhofft gehen. Die werden den jetzt überraschen. Oder ist ein Vicky? Freunde, den werde ich mir jetzt gönnen. Herr damit. Ist hier wirklich keiner? Das ist auf jeden Fall krank. Hier wurde noch nicht mal gelootet. Doch. Aber nicht richtig. Warum lootet hier niemand richtig? Verstehe das manchmal nicht. Lootet ihr manchmal nicht richtig? Hm. Ja, okay. Mal schauen. Gibt es hier unten eine Truhe? Oh, wieder eine Epic-Chest, Freunde. Und ein Vicky. Herr damit. Egal, ich nehme zwei Pumps mit. Ist mir egal. Die aufladbare NP kann man sowieso wegschmeißen. Kommt ihr mit der klar? Ich komme nicht damit klar. Okay. Dann looten wir doch die Truhe hier. Medikids. Okay. Na, die wollte ich nicht. Die ist Schrott. Ich brauche die Tech. Hier ist guter Loot, muss ich sagen. Ich brauche eine Tech. Die taktische Schrottflinte. Hm. Hier ist auch eine Truhe. Und die ist total der Schrott. Also muss ich wirklich mal sagen. Oh, doch nicht. Jetzt kommt es plötzlich wieder da. Es gab mal eine Zeit, Freunde. Da ist das Zeug immer draußen gespawnt. Das war mega der Scheiß. Wie ist eigentlich eure Loot-Route? Geht ihr eher direkt zur Brücke oder hier runter? Also ich bin euch ehrlich. Ich laufe immer zur roten Brücke. Falls ich kein Blue Life finde, sind da diese Fässer. Die nehme ich mir dann. Hm, 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 hm. So, einmal kurz ändern. Let's go. Jawoll. Oh, besser, besser, besser. Wappen-Upgrades gibt es hier also gute. Wo ist denn die taktische Schrottflinte? Hey. Ah, da ist sie doch. Nein, das ist sie auch nicht. Ey. Also manchmal vertausche ich die. Ey. Wie das so Schwitzer unterwegs, ne? Neue Runde, neues Glück. Ich skippe mal ein bisschen für euch vor, damit ihr nicht warten müsst. So, neue Runde, neues Glück. Ihr zwei, ne? Ihr seid Loser. Muss ich euch ehrlich mal sagen. Keine Ahnung warum, aber es riecht nach Loser. Okay, hier gehen schon mehr Leute mit, muss ich sagen. Dann müssen wir gleich mal nach einer Waffe Ausschau halten. Oh, die ist schon mal gut, aber er holt sie sich. Nein. Oh, Mann. Hallo, spring doch, mein Gott. Ey, die Schrottwaffe. Oh ja, die Pump wollte ich doch. Okay. Freunde. Ihr seht es. Ich muss mich heilen. Gut. Den haben wir es gezeigt. Gut. Ich habe so ein bisschen meinen Loot. Warum hat der Baumart, warum hatte der Baumart Realien? Junge. Okay, das wollte ich nicht. So. Und so. Perfekt. Jetzt habe ich so ein bisschen meinen Loot. Was ist denn das? Ach so, das ist die aufladbare Rotze. Hm. Biggie, lassen wir mal liegen. 5 HP. Keiner lässt Fleisch fallen. Ja, moin. Okay, aufgeladen. Und geheilt. Dann hätte ich Fleisch gehabt. Alter, was ist denn das? Nee. Das will ich nicht spielen, Freunde. Oh ja, gib doch mal her. Epic Chiss. Mhm. Hab ihn. Wo ist der andere? Oh, ich habe ihn noch geholt. Ich habe gedacht, ich hätte die MP. Das ist so ein Scheiß. Oh Mann. Das war knapp und scheiße. Ich muss den Biggie nehmen und brauche Fleisch von dem Bot. Oh Mann. Oh Mann. Oh nee, doch. Doch kein Fleisch. Ich nehme einfach. Oh Mann. Flieg nicht zu mir. Woher kommen denn die Gegner? Woher kommen denn die Gegner? Woher kommen denn die Gegner? Oh Mann. Junge, 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 Junge. man scheiße egal ich habe schon ein paar tage kein fortnight mehr gespielt aber sonst bin ich der beste ich weiß euch aber okay ihr habt lang genug gewartet deshalb sage ich euch jetzt was ich in meinem pc drin habe und zwar 32 gb ram eine i7 prozessor und eine nvidia geforce 3070 ti mit 8 gb speicher der pc muss ich sagen ist richtig gut bin froh dass ich ihn bekommen habe also freunde bis zum nächsten video ich hoffe ihr seid wieder am start tüdelü